Ohohohohohhh Wir formalen Reguliere stehen bereit. Ein neues Halbkittenfahrzeug ist eingetroffen. Schieß, 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 schieß. Wunderbar. Hauptwächsensperrfeuer unter! Ohohohoho. Im Fühlbuch unterwegs, auf in einem Falltriebel. Die Laste davon, der Fahrzeug. Äh, wo kommt denn das? Ach, da. Heilige! What the fuck, ey? Ach du meine Güte. War das von mir? Das war nicht von mir, oder? War das von mir? Scheiße. Die Trupps sind eingefrafen. Bereit zum Bauen und zum... Es stehen uns noch mehr Rekruten, wenn wir hier kommen. Ein feindlicher Trupp weniger. So. Schützen, bereit. Okay. Gut gemacht. Perfekt. Ja, du musst es. Kann ich den mit dem eigentlich erobern? Ne, kann ich nicht. Schade. Wir sind jetzt mit einem Flammenwerfer ausgerüstet. Entschuldigung, bereit. Frontowikitrupps zur Disposition. Frontowikitrupps in einem Knochen. Wir warten Ihre Befehlungen. Frischere Krupp. So. Wir haben einen feindlichen Trupp getötet. Ab in das Halbkettenfahrzeug. Ah, cool. Die können ja noch mehr... Äh... Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. So, du dahin. Und... Frontowikitrupps sind eingetroffen. Neue Einheiten sind eingetroffen. So, ihr werdet jetzt erst mal ein paar Territorien erobern hier. Aber erst auf Vorrücken. So, Freunde. Freunde der Nacht. Wie viele haben wir denn hier? Zwei... Vier... Erst wenn ich so die meisten Panzerabwehrgeschütze zerstört habe, werde ich erst mal ein paar Panzer anfordern, organisieren, wie auch immer. Pfff. Äh... Ne, gehen da nicht. Habe ich irgendwas verloren? Riecht wie... Schweinefleisch. Hahahaha. Hauptgeltentfahrt. Kampfpioniere. Aussteigen. Sie brauchen Pioniere. Umsteigen, nicht aussteigen. So. Hauptgeltentfahrzeug hier. Schieß zurück, Genossen. Sie haben Befälle? Äh... Wo sind sie denn da? Erledigt sie. Die Schieße davon, der Fahrzeug. Wer zu die Zelle. Brennt. Erpfand. Bleibt doch mal da. Der Fahrzeug hat Marschbefehl erhalten. Feuerstöße. Wo ist wo? Wie? Wer? Sei tapfer, Genossen. Ach, nicht doch. Befehle? Deine Waffe ist die Sicherheit, du Idiot! Feuer, Feuer, Feuer! Wieso fahrt er denn nicht da durch? Na egal. Ah, da sind nur noch drei drin. Wo dein Kugel? Der Feind hat uns gefunden. Achtung! Unser Hauptquartier steht unter feindlichem Beschuss. Achtung! Achtung! Habt ihr jetzt alle? Haben wir wunderbar. Vorrücken. Fahr da hin, da hin. Oh, 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 oh. Scheiße. Hier hin. Die beiden sind da. Okay, Vorrücken. Molly! Nee. Nee. Überall wird hier gekämpft, der ist ja schlimm. WTF, och, nö, Scharfschütze. Was ist das? Benzin? Ja, Benzin. Die werden noch merken, dass sie gegen echte Männer kämpfen. Oh, fuck it. Komm, 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 komm. Da. Nee, nein, 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 nein. Die brauchen Hilfe. Die brauchen Hilfe. Scheibenkleister. Hauptkette Fahrzeug, Hauptkette Fahrzeug, Hauptkette Fahrzeug hat ein zieler Fahrzeug, hat Feindkontakt. Ihre Befälle müssen... Vorrücken, aber ZZ, die brauchen Unterstützung. Hauptkette Fahrzeug, jetzt stehen uns noch mehr Rekruten für Vertriegelung. Körst du meine... Scheiße. Der Feind hat eines unserer Fahrzeuge verlichtet. Frotto-Wiki-Props sind eingetroffen. Wir haben Verluste. Frische Rekruten sind eingetroffen. Wir sind bereit. Schießen, schießen! Schieß doch auch! Schießen! Los! Keine Gnade! Geht doch. Er hat uns im Visier. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Pioniere, sichert das Territorium! Vorrücken, 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 vorrücken. Front-Wiki-Rekruten Einsatzbereich. Wir erobern es. So, noch mehr. Front-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Ach! Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Okay. Der trifft mich nicht. So, wo sind die ganzen Rekruten? Ihr Befehl? Stehen uns Wetter! Da hin. Der Pioniere! Scheiße. Schützen, bereit! Kontakt mit dem Feind gemacht, dieses MG! Super! Rekruten hier! Gehen wir in der Position! Front-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Was muss getan werden? Frische Rekruten sind eingetroffen. Befehl erhalten! Ich glaube nun nicht, dass die da hinkommen, oder? Nee. Der rein! Egal. Sie haben Befehle? Weg weg! Weg weg, eure faulen Arscher! Aufpassen! Den Kanonen! Was muss getan werden? Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten. So. Erledigt diese Kanone! Erleuchtet sie! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Danke! Brennen! Burn, Baby! Burn! So weit, so gut! Hier sind keine Feind-Abrücken! Okay. Was ist das eigentlich? 88er Millimeter. Okay. Ich hab ne E-Mail gekriegt. Du gehst mir gerade aus. Steh, du Stichsel aus! Ich hab Grossmann mal getroffen. Okay. Mehr Ein-Ein. Konto-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Zahn-Horn, 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 Zahn-Horn. Jetzt könnte ich mal so langsam so zwei T-34-Panzer holen. Obwohl, die kommen ja hier raus. Also kann ich die auch dahin platzieren. Was können wir tun? Geht mal da ins Haus. Ins Haus. Pionier-Trupp. Fonto-Wiki-Rekruten einsatzbereit. Oh. Oh, oh. Wieso kann ich das nicht erobern? Feindkontakt! Der Unterarmee. Vorrücken zum Angriff. Panzerkranate. Das schafft ihr, das schafft ihr, das schafft ihr. Geht doch. Rund nochmal. Na? Na komm. Ey, diesen Millimeter. Geht doch. Wir sind bereit. Wir rücken aus. Frontowiki-Trupps sind eingetroffen. Okidoki. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Die Besatzung an Bord und bereit. Du kannst dich mal hier verschanzen. D-34 unterwegs. Da. Da. Und wo ist mein zweiter T-34-Panzer? Ach so, der ist noch gar nicht da. Ok. Frontowiki-Trupps zur Disposition. Ich bräuchte mal wieder so ein Halbkettenfahrzeug. Alfa Biebsch. Da. Halbketten. So, du verschanzt dich da. Ok. Wieso kann ich die nicht erobern? Mann. Das ist doch gemein. Ihr rückt mal weiter vor. So, du gehst da hin. Wir sind ein Halbkettenfahrzeug. Ah, ja. Ach, du heilige. Wally. Genau, er leuchtet sie. Und tschüss. Zwei. Eins. Null. Zu Dienste. Für das Fahrrad. Wir werden beschossen. Ähm. Ja. So, und jetzt da. Noch ein Molli hierhin. Erlöchtet sie. Und da ist eh nur noch einer. Ben, äh, Bren, Burn, Baby, Burn. So, der geht dem Fünfer da. Nicht ganz. Okay, hier sammeln. Beflegt euch. Strafbataillon erwartet Befehle. Sollen wir etwas sprengen? Lasst uns gehen, Genossen. Lasst uns gehen. Der Feind hat noch einen Interferief rumgeträttet. Vielleicht ist es zu viel von den Vortigsten. Wirklich ist zu viel. Und Feuer! Bämps! Die Planeer-Aufruf sind unverfügbar, um fürs Vaterland zu sterben. Und schau in das Fahrzeug ein. So, schön. Hier sind so viele, äh, äh, versteckte AT-8-Stellungen. Das ist eigentlich fatal, mit Panzern hier vorzurücken. Straftrüb. Ah ja, okay. So, jetzt gehe ich erst mal zu dieser Position hier, um das zu erobern. Das war schon gut. Heilige! Wow. Er leuchtet sie! Boah, du meine Güte. Das ist fatal, mit Panzern hier vorzurücken. Scheiße. Wir sind keine Änderung, aber sie werden reichen. Scheiße. Tötet die Infaltarit, sonst fette ich euch. Sie im Erdmählicht. Straftbataillon erwartet Befehle. Arke, Straftruppen stehen bereit. Straft nicht. Wir sind die Schuss durch Handfeuerwahl auf uns. So, vorrücken, vorrücken, vorrücken. Schnell, 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 schnell. Ihr schießt doch! Ich habe keine Ahnung. Ach, du meine Güte. Ja, perfekt. Schade, dass ich die nicht besetzen kann. Flammenwerfer, Feuer! Lass sie nicht vorrücken! Feuer, ihr wiesst! Die Flammen der Patriote! Straftrupps sind unverfügbar, um vor Vaterland zu sterben. Mit Vorrücken. Geht, ihr wiesst doch jetzt unterwegs. Greifen an! Geht doch. Geht doch, geht doch! Wir haben die Schuss geschuldet. Vorrücken. Also, die Flammenwerfer würden aber echt alles weg hier, ey. Hart! Die haben wir geröstet. Hab geht im Fahrzeug hier. Angriffsbefüßung. Zeigt ihnen die Hölle. Jooo. Guck dir da ranne. Zu dienstet. Sarodino. Sachtarino. Genauso gefallen. Scheibenkleister. Ach, das geht im Fahrzeug. Ah. Wow. Rein da, rein da, rein da, rein da. Du, 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 du. Straftbataillon erwartet Befehle. Straftruppen stehen bereit. Feuer! Feuer! Ich bin dieser Scheiße langsam leid. Ich bin dieser Scheiße langsam leid. Ich bin dieser Scheiße langsam leid. Wie können wir helfen? Freie tapfere Infanterieeinheit hat das ... Na, warte. Burn, Baby, burn! Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps. Setzen Sie diese Feindste gut ein. Ach, der Mann. Ich melde mich gleich wieder. Ich bin dieser Scheiße. Ich bin dieser Scheiße.